... ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodel, Krebs. Und Brugdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Maragin. Sie meinen Befehl zu Ihren Leipzig. So weit ist das einfach, Gettung. Der Militär hat mit Belogen! Jelda hat mit Belogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niedergerästiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Nichts als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch kein Schmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang ist das Militärmalat so, den nur behindert! Es hat mich gegen nur als bestiegen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, um dann an alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verreiter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch!